Grüß Gott, mein Name ist Thomas Kreitmer. Unsere Reise begann 2005 in der Garage meiner Eltern. Seit unserer Gründung haben wir uns aus feste Größe in der Branche entwickelt. Durch ein großartiges Team, tollen Kunden und zuverlässigen Partnern konnten wir zu dem werden, was wir heute sind und stehen heute, 18 Jahre später, stolz mit unserem neuen, topmodernen Firmengebäude, das unser Wachstum und unseren Erfolg widerspielt. Wir, das ist die Kreitmeier Haus- und Energietechnik GmbH aus Lochen. Wir starteten mit Leidenschaft und dem Glauben an unsere Vision. Heute sind wir ein Team von über 50 hochqualifizierten Mitarbeitern, darunter zehn engagierte Auszubildende, die ihre Begeisterung für Handwerk und Technik teilen. Mit einer Flotte von über 30 Fahrzeugen sind wir immer einsatzbereit, um unseren Kunden bestmöglichen Service zu bieten. Durch die gezielte Integration modernster Technik und fortschrittlicher Digitalisierungslösungen optimieren wir kontinuierlich unsere Arbeitsabläufe und bleiben stets am Puls der Zeit. Unsere breite Palette an Dienstleistungen ermöglicht es uns, Ihnen ein Rundum-Sorglos-Paket zu bieten. Ob Neubau, Badsanierung, Heizungssanierung, Elektroinstallationen und erstklassige Planung – wir sind Ihr vertrauensvoller Partner in allen Belangen rund um Heizung, Sanitär und Klimatechnik. Was uns wirklich auszeichnet, ist die persönliche Begleitung unserer Kunden. Von der ersten Idee bis zur finalen Umsetzung stehen wir Ihnen zur Seite. Mit modernen Programmen planen wir das Vorhaben unserer Kunden bis ins kleinste Detail. Unsere Kundenberatung ist individuell und persönlich. Sie haben die Wahl, entweder in unserer inspirierenden Ausstellung oder direkt bei Ihnen vor Ort. Hier sehen Sie, was möglich ist und können sich von den hochwertigen Materialien und Produkten begeistern lassen. In unserem Haus setzen wir auf Vorfertigung, um Qualität und Effizienz zu gewährleisten. Mit der Unterstützung von modernsten Hilfsmitteln erleichtern wir unserem Team die Arbeit und garantieren reibungslose Abläufe. Unsere erfahrenen Gesellen und Meister sind nicht nur Experten auf Ihrem Gebiet, sondern auch menschlich nah und zuverlässig. Sie stehen Ihnen vor Ort zur Seite und arbeiten mit Leidenschaft daran, Ihre Visionen Realität werden zu lassen. Nach der erfolgreichen Fertigstellung Ihres Projekts ist unser Service noch lange nicht zu Ende. Wir nehmen uns die Zeit, Ihnen eine detaillierte Einweisung zu geben, damit Sie Ihre Anlagen optimal nutzen können. Und auch danach lassen wir Sie nicht im Stich. Unser engagierter Kundendienst begleitet Sie weiterhin und sorgt dafür, dass Sie stets zufrieden sind. Unser Erfolg basiert auf einer unschätzbaren Ressource – unserem Team. Unsere Mitarbeiter sind die treibende Kraft hinter allem, was wir tun. Ein Fachbetrieb für Heizung, Sanitär und Klimatechnik, der seine Kunden glücklich macht.